Moin! Willkommen in Hamburg, am S-Bahn-Haltepunkt Rothenburgsort. Große Arbeiten sind im Gange. Auch hier baut die Deutsche Bahn DDB. Die Brücken der Bahn über die Straße Billhorner Deich werden erneuert. Die Züge der S-Bahn fahren zur Zeit, als dieses Video gedreht wurde, im Juli 2021, über behelfsmäßige Brücken. Über der Straße steht ein Portal als Höhenkontrolle, um Anfahrschäden durch zu hohe Kraftfahrzeuge zu vermeiden. Hier eine S-Bahn bei der Ausfahrt in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Aber nicht nur die Brücken werden erneuert. Auch der S-Bahn-Haltepunkt wird modernisiert. Die DB baut neue Zugänge zum Bahnsteig. Der Bahnsteig bekommt einen neuen Belag, ein neues Dach und neue Bänke und Schutzhäuschen. Während der Bauarbeiten erreicht man den Bahnsteig über diese Behelfsholzbrücke. Hier ein Blick über die Bahngleise von halber Höhe der Brücke. Im oberen Teil der Brücke sind die seitlichen Holzwände sehr hoch. Eine S-Bahn nach Bergedorf und ein Regionalexpress nach Hamburg Hauptbahnhof begegnen sich. Ankunft einer S-Bahn von Bergedorf zum Hauptbahnhof – von der Seite der Treppe zum Bahnsteig gesehen. Die S-Bahn fährt weiter zum Hauptbahnhof. Für den Fernverkehr gibt es ein drittes Gleis, das nicht mit der S-Bahn-Stromschiene, sondern mit Oberleitung elektrifiziert ist. Ein Eurocity fährt in Richtung Berlin und Prag. Wir stehen jetzt direkt neben der Treppe, die zum Bahnsteig führt. Eine S-Bahn nach Bergedorf fährt ein. Kurze Zeit später fährt ein ICE in Richtung Hauptbahnhof. Auf dem Bahnsteiggleis ganz rechts steht diese S-Bahn, die kurz darauf zum Hauptbahnhof weiterfährt. Das sind die S-Bahn nach oben. Die S-Bahn hat schon staunt, sich um Abbell. Und jetzt nur noch ein kleines E-Bahn, die S-Bahn nach oben. Die S-Bahn-Stromschiene hoch und sich um Abbell hat. Von oben sehen wir eine S-Bahn nach Bergedorf einfahren. Am linken Bildrand seht ihr bereits einen der neuen Zugänge zum Bahnsteig. Kurze Zeit später fährt ein Eurocity in der Gegenrichtung nach Hamburg Hauptbahnhof durch. Auf der Linie S21, die zwischen Elbgaustraße und Bergedorf bzw. Aumühle verkehrt, werden überwiegend Züge der Baureihe 490 eingesetzt. Auch das Bahnsteigdach wurde erneuert. Im Jahr 2019 war noch ein älteres Bahnsteigdach mit einer wesentlich aufwändigeren Holzkonstruktion vorhanden. Im östlichen Teil des Bahnsteigs liegen schon neue Bodenplatten. Auch ein neues Wartehäuschen ist hier schon errichtet worden. Hier soll offenbar noch ein zweites Wartehäuschen aufgestellt werden. Damit ist der Bahnsteig dann gut mit Sitzmöglichkeiten ausgerüstet, die zugleich auch wettergeschützt sind. Hier fährt auch einmal ein Zug der Baureihe 474 in Richtung Bergedorf. Auf dem Fernbahngleis seht ihr einen Regionalexpress in Richtung Schwerin und Rostock. Und damit sag ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal! Rostock. 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 Vielen Dank.